Bekauft den Geldmaler reicher als Köln oder so, durch den Salzkanten. Da haben wir es auch noch mit Salzburg. Da sieht man irgendwie, wie es alle heißen. Jetzt schaut es so aus. Das ist durch die Knie. Hintergrund der Rechts. Und Petrochemie. Es ist jetzt so, dass... Also jetzt die Burg. Dass Burghausen auch wieder ganz schön gestiegen ist. Hier geht es jetzt hier runter. Nach Nach. Drüben sieht man die Burg noch durch die Bäume hindurch. Hier sind auch so Felsen. Da unten ist die Brücke in Salzach. Die Burg geht ja bis rechts hinter. Und da fahren wir jetzt drüber. Ohhhhhhhhhh. Oh, das ist ein Problem. Jetzt sehen wir hier nochmal die Burg. Das Tal ist natürlich ein bisschen mit Bäumen verhangen. Aber jetzt haben wir hier doch einen schönen Blick. Auf die Salzach runter. Auf die Brücke. Ich habe jetzt nochmal die ganze Burg von unten. Bis oben. Bevor es hier runter geht. Oder unten. Gefangenung. Das ist ein bisschen vor.